Hallo zusammen, es ist Freitagabend, 12. April, 17.31 Uhr. Ich würde euch ja gern was sagen zum Schlusskurs vom DAX, aber die haben ja am, war das ab dem 24. März, haben sie ja den Berechnungsmodus da geändert. Und bevor ich das jetzt anfange, gibt es auf YouTube die Seite hier von der Deutsche Börse Group. Und unter diesem Bericht, der ist jetzt vor ein, zwei Wochen reingestellt worden, wird das erklärt, alle Erinnerungen ab März 2024. Also ich finde das nicht zu Ende gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es auch schon ganz viele Briefe an die Börse, dass das wohl nicht ganz so sinnvoll ist. Ich will damit jetzt gar nicht erst anfangen, ich muss jetzt damit leben erstmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird so oder so nochmals geändert. So, und jetzt gehen wir mal hier weiter. Normalerweise sage ich vor der DAX-Analyse meistens irgendwas zu irgendwelchen Aktien. Ich sage, das und das sieht ganz gut aus oder das und das sieht nicht so schön aus und hier ist ein Signal. Das ist mein Trader Wingman von heute. Das sind elf Signale. So wenig habe ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten nicht mehr gehabt, wenn nicht gar das ganze letzte Jahr nicht. Da sind meistens so 20, 25 drin. Und die sind jetzt auch nicht so, als ob ich da unbedingt was machen muss. Also Morphosis habe ich nichts mit zu tun. iShares, das kann ich mir ganz kurz zeigen. Das ist nämlich einer der ETFs, die ich mal empfohlen hatte. Das sind die Inder. Und der liegt, der steigt jeden Tag. Das ist völlig verrückt. Der steigt jeden Tag. Der kommt also jetzt hier von 6, wann war denn das? Im März 23 und ist jetzt schon bei 8,60. Aber ansonsten mit diesen Signalen kann ich nicht viel anfangen. L'Oreal bin ich momentan nicht dabei. Freenet habe ich nichts mit zu tun. 52 Wochen hoch ins Ströer. Schön. Puma gibt ein bisschen nach. Alphabet neu ist 52 Wochen hoch. BMW ein leichtes Verkaufsignal und CTS eventuell auch. Das reichte mir nicht. Ich habe mir das alles angeschaut, um da irgendwie 2 Minuten über irgendeine Aktie zu sprechen. Das bringt es nicht. Deswegen gehe ich jetzt mit euch hier direkt auf den DAX in den TraderFox. Jetzt müsst ihr folgendes wissen. Es hat sich im TraderFox auch was geändert. Und zwar, wenn ich jetzt, nehme ich mal die Liste hier rüber. Ich hatte das erwähnt, dass die Citibank aufhören wird. Nehmen wir mal an, ich nehme RWE. Und dann gehe ich wieder auf RWE. Ich bin Mac-User. Ich muss zwei Finger benutzen. Und gehe auf die Derivate-Box. Kommt hier die Derivate-Box. Und unter den Emittenten ist jetzt die Citibank ersetzt worden durch HSBC. Das ist mit Sicherheit für den ein oder anderen Scalable Capital User von euch interessant. Also die HSBC ist jetzt einer von diesen fünf ausgesuchten Emittenten. So, jetzt sind wir beim DAX. Die FIBO-Retracements. Da haben wir ziemlich genau drauf aufgelegt. Sogar ein bisschen tiefer gegangen. Wir waren ja auch heute etwas tiefer. 17.909. Der eine andere wird haben 17.901. Das hängt davon ab, welche Kurse da hier alle reingezeigt sind. Aber er hat komplett das Ziel oder das, was ich mir erhofft hatte, zumindest mal angekratzt. Finde ich erstmal gut. Das zweite ist unschwer zu erkennen. Wir befinden uns in einer Flagge. Im Moment ist es noch eine Bullenflagge. Ich zeige es gleich im Stundencharten. So ist es dann noch ein bisschen deutlicher. Das sieht so weit okay aus. Wir haben wirklich die Ranges nach oben ein paar Mal gesehen, nach unten ein paar Mal gesehen. Perfekte Flagge. Und die liegt per Montag bei 18.076. So, gerade eben rechnet der DAX bei 17.930. Eben bei 17.860 wollten keiner haben. Gut, ich gehe mal nochmal auf die Stunde gleich runter. So, das ist also jetzt die Stunde. Und hier sehen wir jetzt also, was das für ein super Trend ist. A, B, C. B, C. B, C. B, C. Tja, und dadurch, dass wir das hier unten egalisiert haben, ist das ein B. Das heißt, diese gesamte Abwärtsbewegung laut DAO ist nicht erst jetzt hier zu Ende, sondern die wird hier in Frage gestellt. Ab dem 18.160. So muss man das sehen. Das heißt, ab hier, wenn wir hier drüber gehen und idealerweise schließen oder mal so wenigstens 30 Punkte drüber sind, dann gilt diese Flagge hier, dieser Kanal, als gebrochen. So mache ich das. Also für mich wird der nicht erst hier, also nicht schon hier gebrochen, sondern ich möchte gerne das hier oben drüber sehen. Dann sind wir nämlich auch oberhalb des oberen Bandes. Die Chance dazu hat der DAX. Wenn gleich heute nichts Besonderes hier war, also auch über das MACD kann ich nichts sehen, fängt der Oszillator an leicht zu drehen. Also ich denke, jetzt gehe ich mal zurück auf die vier Stunden, wenn ich das neutral, neutral, mitten im Kanal, nichts zu wollen, wenn, hier ist der Punkt, sieht man hier also genauso, ganz deutlich da, und jetzt gehen wir auf den Tag. Ich rechne damit, dass wir von hier aus zumindest uns eher mit der Kanal-Oberseite mal beschäftigen, weil das ist abgefrühstückt. Sollte ich Skiffliegen, und der macht wirklich hier unter die 17.850 drunter, wäre die 17.703, also nochmal 150 Punkte, wäre dann das nächste Ziel, verbindet sich auch sehr schön hier unten mit diesen ganzen Chartunterstützungen. Also bisher hat er sich mustergültig verhalten, das ist jetzt ein ordentlicher Imbiss, den er hier nimmt, ob er dadurch die Kraft schöpft, hochzugehen, weiß ich nicht. Aufgrund der mir mangelnden Signale gehe ich hier in das Wochenende ohne irgendeine Trading-Position. Ich habe gar keine. Man muss das auch nicht immer machen. Das waren super zwei Wochen, und jetzt will ich mal nichts haben, es kann immer, so ein Wochenende ist lang, können immer fiese Überraschungen kommen. Und hier habe ich die Scheine, die habe ich gegenüber dem Mittwochfilm nicht verändert. Die habe ich allerdings vor, naja, 20 Minuten rausgesucht, das heißt, die Hebel haben sich leicht geändert. Ganz leicht. Die hier sind ein bisschen weniger geworden, die sind ein bisschen höher gegangen, aber nur minimal. Macht keinen Unterschied. So, dann wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.